Hallo und willkommen zur zehnten Folge von Left 4 Dead. Heute mit Blue... Hallo und ihr guckt mich ein Zombie durch den Zaun an. Grinchy? Hallo. Äh, Hallo. Und Silots, neuer Mitglied. Yey, neues Mitglied. Und ich mach mal hier die Tür auf, ne? Ja, du darfst, du darfst, du darfst. Oh, Entschuldigung. Ja, ja. Die erschießen sich gleich, das ist echt so, Hammer. Ey, schlag mich nicht. Olle. Ups, ist so, die Sicht ist weg. Der Clown noch Zombies an. Aufpassen! Also für die, die es nicht wissen, wenn ihr auf die Clown draufsaut, 18 Mal, wo du dann quietschen, kriegst du einen Erfolg. Hör mal, hier waren wir doch schon, oder? Waren wir doch schon mal hier? Äh, wir waren offline. Ah ja, stimmt, wo du das jetzt sagst. Da waren wir offline, da waren wir nur zu zweit. Ey, wir könnten voll das aktuelle Thema einbauen. Was für ein aktuelle Thema? Ja, klar. Okay, Thema, ich weiß nicht. Wer ist mit Zombies? Glaubt ihr wirklich, dass es Zombies mal in der Realität geben würde? Stimmt. Cha-Cha! Achtung! In Amerika gibt es eine Droge, die hat zu folgt, dass Menschen andere Leute angreifen. Echt? Oh, hey. Ach ja, die Zombies. Ja, aber das ist ja dann eher... Willst du mich verarschen? ...bestimmte Zeit, das ist ja eigentlich nichts, was das so für immer ist. Deswegen könnte man da sagen, das ist halt Zeit, aber halt eben nicht. Es gibt auch so eine Droge, die heißt tatsächlich Zombie, weil es einen zu komatösen Warenzuständen und so verleitet. Also, bringt. Mein Internet ist heute richtig kaputt. Irgendwie... Ups, Entschuldigung, ich hab noch nicht geschossen. Das ist nicht witzig. Genau, das ist nicht witzig. So. Oh, ich hör wieder eine Hexe. Geil. Alter! Ich hab's gar nicht mitbekommen, dass dann der Witch war. Sterb, sterb! Geh weg von mir! Irgendwie schieß ich immer auf dich, echt. Sorry, Tim. Quach. Kein Problem. Also, was denkt ihr so über Sochi? Also Winterspiele? Also, ich finde ich, Mais anzusehen. Also, die Winterspiele sind ja schön und gut, aber... Du meint jetzt eher so politisch in Richtung Wladimir Putin und Russland und... Ja, das wollte ich nämlich Gott sagen. Da, wo der Eddy so ein kleines Dörfchen versetzt hat, sozusagen... Das muss dann natürlich nicht sein. Nur um sein... Ego sozusagen... zu steigern. Ich hatte so meine persönliche Meinung und... Und... Meiner Meinung nach... Sorry. Meiner Meinung nach ist es einfach... Die Tatsache... Es ist ein großer Event wieder. So ein riesen Event. Und da kann man jeden Deppen wie alles erzählen. Wie zum Beispiel einmal es so war, dass da... Ähm... Eine Frau gegen... Ähm... Eine lesbische Beziehung ist und gegen Schwule und sonst was. Und ich finde das echt... Krank... Dass sie solche nutzen. Und ich glaube auch dieses Mal... Werden die es auch wieder nutzen, sagen... Vorsicht, Clever! Wer hat die denn? Bitte bitte! Da waren's bitte. Okay, kommt. Wir gehen weiter. Ja, schwul. Ich glaube wieder, dass falsche Menschen schon wieder irgendeinen Scheiß machen. Ah... So politisch gesehen natürlich. Und jetzt eure Meinung dazu? Ich habe fast ausgerastet, wo ich gesehen habe, was der Putin eigentlich für eine Scheiße labert. Aber... Äh... Ja... Ähm... Ja... Mir fällt da schon gar nichts mehr fast zu ein, ey. Da gab es irgendwie so eine Zahl mit den Augen wie tausend Hektar Wald, der dafür... Für... Allein für Sotchi abgerodet hat. Ich finde das ja die Leute. Mit diesen ganzen äh alten Strecken und... So Zeugs, das müsste ja alles gebaut werden. Nein. Shit. Eine Boomerfrau, das war eine Boomerfrau. Sie hat ein BH an. Ein BH? Das war eine Frau, eindeutig. Oder wartet mal doch, wir waren im letzten Jahr hier. Nein, 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 nein. Nein? In Solo. Okay. Leg mal bitte den Benzinkanister genau hinter uns, oder so, genau. Und da kannst du... Genau, weit hinter uns dann... Hast du gedrückt? Genau, Grinchy, du darfst unten den Knopf wieder betätigen, wenn du willst. Drück. Genau. Und gedrückt. Warte, noch nicht... Auf den Kanister noch nicht schießen, er ist schon ganz viel hinter uns hin. Oh. 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 das ist so ich hab den zum Gewehr blöder Zombie Nix war leider ich Mokka? Ja ja das war ich halt Ja ich hab kein Scheiße ich schieße mal bitte hinter ich hab keine Muni mehr Ja warte schieße 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 Ich hab keine Muni mehr sorry Nimm die Rito Muni Ja ich hab ich als ich neben dir stand hatte ich keine Ich leck das bei euch auch und das ist meine Connection Was ist hier los? Nö etwa mir leckt das nicht Okay jetzt renn komm Nein Säure Ich bin so tot Blu komm durch Zwei Lord und ich sind die coolsten Wir rennen einfach vor Egal Lass die, lass die doch Ich hab Tatana Ja genau auf mich drauf, ich wusste es, du liebst mich solche Viecher Das wievielte Mal ist es, wo ich angegriffen werde von diesen Scheiße? Doch n'hann da Ja ich schieße schon Das ist der gleiche glaube ich oder nein? Das ist ein anderer Nein Oh shit alter Ein geiles incoming übrigens Ja schön hier nahe kam Immer schön so mit dem draubbauen Boah Ich glaub das war doch keine gute Idee Alter Alter ich bin gleich tot Ich hab doch fünf und ich sie gleich brau Ah ok Komm rein 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 Komm einfach rein Ja klaus mir die Tür Klaus die Tür einfach Klaus die Tür auch Das war aber mal knapp Aber guck mal Ich steigere mich immer Folge für Folge Ja bei mir schwarzes Bild Ja Tank Schläge. Natürlich Blu Hahaha Ich bin heute überall auf erster. Pass auf Na. Haha Ok da war der Tim Dochten mit der Hexe besser Aber komm jetzt in der nächste Runde ja okay jetzt muss ich mich unbedingt heilen weil ich bin gleich tot und nehme ich mir noch medikit anlass das liegen da ist noch einer muss das spiel starten das ist kein thema wartet sich aber bei mir auch teilweise richtig das ist sehr toll also bei mir diesmal nicht bei mir leid es einfach verzögert ich glaube dass irgendwie nur okay wir können dann erstens wir warten und danach glaube ich machen wir kurz weiß man wie lange nicht aufnehmen nein weiß ich jetzt gerade nicht 16 15 minuten genauer der höchstens ich habe die ganze zeit weiter aufgenommen konstant ja bis jetzt gerade ist mir gerade aufgefallen dass ich aufgehört habe aufzunehmen ich habe doch gar nicht ich bin mir immer noch auf also dann mache ich hier mal einen kurzen karte für sie in den nächsten folge bis dahin tschau